Wir sind momentan in der Ulmstraße in Esslingen im Rahmen einer stationären Verkehrskontrolle. Heute findet landesweiten Aktionstag sicher mobil Leben statt und wir kontrollieren heute mit Schwerpunkt auf die Unfallursache Ablenkung. Ablenkung betrifft grundsätzlich alles, was Sie als Fahrzeugführer vom Verkehrsfluss abhält. In erster Linie sind das natürlich ganz weit verbreitete Mobilfunktelefone, aber auch Einflüsse von außen etc. Aber heute geht es uns schwerpunktmäßig darum, Fahrzeugführer zu kontrollieren, die Mobilfunktelefone im Fahrzeug nutzen. Also da gibt es jetzt natürlich keinen Durchschnittswert, aber wenn wir stationäre Kontrollen machen oder auch mobile, die jeden Tag im Rahmen der Streifenden stattfinden, haben wir immer Verkehrsteilnehmer, die beanstandet werden müssen. Heute, denke ich, bewegen wir uns jetzt in der letzten Stunde bei etwa zehn. Das ist ein Durchschnittswert. Wir gehen davon aus, dass etwa die Hälfte aller Verkehrsteilnehmer ihr Handy im Fahrzeug benutzt. Wir müssen immer wieder feststellen, dass solche Aktionen sich nicht letztendlich bis ins Bewusstsein der Menschen hineinbringen, sondern dass es ein Automatismus ist, das Handy im Fahrzeug zu benutzen und deswegen kommt es auch heute zu Verstößen.